Alright. Okay, dann spielt ihr einfach Relaxo unten. Ihr spielt Greninja und Lucario top. Ja. Ich pass. Oh, das ist eine Vierer-Cue, die heißen alle Two. Schaffen wir. Mit Romatras, Colts, Big Spins, Game Sense. Bisschen lasch. Was? Du bist der Käpt'n? Was bist du ein bisschen? Lasch bin ich. Oh, Romatra. Ich hab echt viel trainiert die letzten Tage. Ja. Das macht mich ziemlich müde immer abends. Das ist einfach jemand, der Chef Strobel heißt, aber dafür das Spiel versteht. So. Ihr stellt einfach so, dass der echte Chef Strobel ist, die Miss Plays. Boom. Das ist einfach die bessere Version von Chef Strobel. Auch mal jemand, der bei Projekten mitmacht und nicht den ganzen Tag Veilo im Bootcamp zockt. Ja, genau. Einfach eine bessere Version von Chef Strobel. Die schneller ersetzt wurde. Der spielt den ganzen Tag Valorant, man. Holy Shit. Ja, und ab und zu versucht er sich für ein Fortnite-Ding zu qualifieren. Und seine einzige Befriedigung, die er davon hat, ist, dass er der 13-jährige Kinder-Shit-Talken kann. Das ist so geil. Das ist einfach so alt in seinen Leuten. Das ist geil. Scheiße. Ey, Big Spin, Big Spin. Man muss manchmal auch einfach freche Sachen machen. Lad deinen dritten Attack auf, dann kommt der dicke Attack immer instant. Checkste? Ah, cool. Der F5 war einfach gewesen. Wie redest du? Geh rein, geh rein. Was denn? Du kannst einfach so angreifen oder kommt dann automatisch der dritte Attack? Ja, ich bin vorsichtig. Oh, Lukarios Damage ist ja insane. Können wir töten? Hallo? Außer hallo? Nice. Sebo? Bitte sehr. Ich hab mal wieder deinen Lane zurückgecarried. Double Kill Top. Ich hab mal lieber deinen Lane zurückgecarried, Big Spin. Was sagst du? Double Kill Top, hallo? Nachdem du meinen Trick geklaut hast. Hallo? Sebo, du musst reconnecten schnell. Ich würdige das sehr, dass du dich so verhältst. Ich hab Toppen Double Kill gemacht. Sebo, ich hab sie beide getötet. Du glaubst mir jetzt nicht, aber das ist wirklich passiert. Und ich hab für 30 gedunkt. Ey, Top. Wir haben die Lane gewonnen. Ey, mach das nochmal. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Das wollte ich nicht. Einfach disconnected? Nein, ich hab nichts gemacht. Ich wollte spielen und auf einmal stotter ich hier rum. So wie das letzte Mal in Tribes. Okay, der Jungler von denen ist hier unten. Sindst du so hier unten? Pass auf, wir haben einen guten Vorsprung. So wollen wir nicht wegwerfen. Nein, wir werfen gar nicht. Ich hab auch so einen guten Vorsprung. Gib mir irgendwie Assist an einen Minion da unten. Ich bin Level 8 und dann können wir die Sohops nehmen. Der ist da, er ist ab. Ich komm, ich komm. Okay, wir sind da. Wenn du Bock hast. Ja, ich bin da. Ja, ich seh's. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Alles gut. Jetzt noch schnell versuchen, eine Biene zu kriegen. Das andere Ding noch. Boah, fuck. Ich bin am legen. Echt? Wir sind zu dritt oben. Wollen wir die difen? Pass mal an. Wieso gehst du einfach so einen Drei-Leute rein? Okay, ja gut. Das ist ja unter dumm von ihm. Hä? Nein, nein, Tretner, Tretner jetzt, oder? Also jetzt haben wir zwei Tretner. Ja, aber dann ist die Switch, die so leckt. Ich geh da rein, wenn sie kommt und du machst den alleine, gell? Max, ich komm, halt die Stellung. Schaffst du ja, oder? Schaffst du ja, oder? Oh, Mann! Was? Wir haben die doch so auseinander genommen. Gott sei Dank. Was ist top name passiert? Sebo hat die ganze Zeit disconnects. Ich war eins gegen drei wieder. Hey, so kommen wir doch bitte nicht, so kommen wir nicht Master. So kommen wir nicht Master. What the fuck? Ja, wir finden das nicht. Oh, die haben einen Laneswitch gemacht. Ja, die haben einen Laneswitch gemacht, weil die komplett aufs Maul kriegen. Wir dürfen jetzt nur nicht bei Zapdos verlieren. Dann haben wir das Game schon so gut wie gewonnen. Sebo, Sebo, Sebo. Jetzt nicht auch ganz spielen und das ist ein Win, hundertprozentig. Wir sind extrem ahead, müssen einfach nur noch alle Dreadnoughts mitnehmen. Nicht overstayen. Oh, Sebo geben alle rein? Ja, nein, nein. Ich hab mich geportet schon wieder. Warum ist Macho mal so OP? Ich bin zehn Meter weit weg. Machen wir irgendwas, Contest? Ja, ja. Ey, Alter, ist jetzt alles weg hier oder was? Oh mein Gott, ich wurde komplett gefickt von diesem Schild, Mann! Ich bin auch tot. Ich bin wieder da. Weg, weg, weg. Das ist halt schwierig zu... Oh, guter Damage. Ich laufe in sein Schild, wird er weggenockt, was? Ab ihn. Oh, tausender Christ. Ihr könnt oben noch was machen mit Dingens, gell? Ja, ja, wir können hier auch fighten, die sind lost. Und jetzt könnt ihr danken. Und ich mach Threadnought. Nice. Ich konnte nicht danken. Ich muss... Ja, ich auch nicht. Ey, du machst richtig guten Damage, Sebo. Danke. Ja, mach da. Hab dich auch gern. Wenn du nicht jedes Mal die Disconnecten würdest und wir gegen 5 spielen würdest, dann wäre das auch noch besser. Wir sind ultra-Hardcom-Sweater-ranked. Wir sind kurz vorm Master. Oh mein Gott. Top 500 Europas. Top 500. Ah, Damage Stop, Damage Stop. Ja, das schon ist er kastiert mit Ulti. Schade. Hey. Ach, fuck, Sebo, du musst dann immer Bottom gehen. Ah, cool Ulti auf jeden Fall. Fuck, Sebo, das war bad. Das war richtig Shit von uns. Ja, ich weiß. Da musst du jetzt auch dran denken. Das musst du immer wieder top jetzt machen. Ja, mach ich. Hab den bekommen? Okay, gut. Ich bin mich nochmal reingegangen. Also einer von euch hätte jetzt spätestens jetzt mal runter müssen müssen. Ja, ja, schieb, schieb, schieb. Schieb, schieb, schieb. Schieb, 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 Schieb. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt doch Top-Lane gar nichts zu machen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also Botlane ist jetzt weg einfach. Oh nooo. What a goal. What a goal, Alter. Das so früh zu hören bricht einen. Das verstehe ich nicht. Da musst wenigstens du runterkommen, Max. Ne, ne. Ist gut. Ne, ne. Nicht alles gut. Das sind vermeidbare Fehler. Wir haben den Turm nicht verloren, deswegen ist alles in Ordnung. Aber ein bisschen pissen mich nicht. Chef, wir machen da. Ja, ja, ich, ey. Ich bin noch mehr. Ihr müsst auch nicht da unten diven. Was macht ihr da unten? Oh, nein. Was geht denn ab? Ja, Dings, Dings. Dertnow auf Wisch. Hannes, gut. Rot im Top. Ah, relax du's hier. Ey, komm, lass relax nur noch helfen hier. Ich bin geblockt. Ich kann nicht. Ich brauch Hilfe. Den killen. Der ist dumm. So. Mach oh mein Vorsicht. Der ist mit zu stark ein bisschen. Oh, nice. Wieso springt der noch mal rein? Wie dumm von ihm. Den töten wir. Also den kriegen wir. Den kriegen wir tot. Und wenn es das letzte ist, was wir tun. Spätestens jetzt. Jetzt hat er nämlich nichts mehr übrig, um sich zu heilen. Guck. Wixer, Alter. Machst du Rot um? Ich mach die Bienen. Oh shit. Ich bin 1 HP. Ja, ich auch. Kann sie nicht hochheilen? Kann sie nicht hochheilen? Ich defte dich, wenn die kommt. Ja, kann ich gegenheilen. Pff. Licker. Ja. Ich helfe mal kurz Bursten. Gut. Und wächst. Super stark gemacht, Romatra. Ich mach jetzt Top Treasure. Und Bottom muss jetzt chillen. Und die brauchen nicht Bottom. Ja, ja. Ich geh runter. Das müssen wir gewinnen. Nur die Syndress von denen ist gut. Der Rest ist glaub ich shit. Ja, die sind alle shit. Ja, die Syndress ist not bad. Tatsächlich. Die ist bei mir too it. Die weiß wie das macht. Positioning und so sitzt bei der. Lass mal Dings hier machen. Ey, die machen den, die machen den. Ab jetzt brauchen wir. Machen die den? Ich mach Top Treasure. Ich mach einfach weiter Treasure. Ach Freunde, ich bin einfach in geile Schick Existenz. Wisst ihr das? Ja, richtig, 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 richtig. Da hast recht. Hier lag so Flash raus. Wir danken hier, wir danken. Wir danken, wir danken, wir danken, wer kommt. Und danken hier. Ja. 46er, Bombe, Rang? Ich hab 50er, ich hab 50er, ich hab 50er, ich hab 50er. Er wird dann auch hinfliegen, oder? Ah, nee. Lebst du Top? Ja. Close, aber nicht. Okay, jetzt, äh, jetzt teleportiere ich bitte. Einfach zwei Leute die ganze Zeit aus dem Game genommen. Ey, zurück, zurück. Wir gehen jetzt alle nur noch um Zapdos rumspielen. Wir dürfen nur noch Zapdos jetzt nicht verlieren, bitte. Einfach jetzt, du teleportierst dich zurück oder heizt dich irgendwie voll? Ich bin full, ich bin full, ich bin full. Hä, wie geht das? Immer. Okay, und jetzt gehen wir, du hältst Top 1, 1er Bottle, genau. 1, 3, 1 wie immer. 1, 3, 1 wie immer. 1, 3, 1 Taktik, Leute. Ja, das ist lost, was wir machen. Sag, wenn ich engage'n soll. Naja, das ist Bullshit gewesen. Ich weiß nicht, ich hab halt mitgemacht, weil es sonst noch schlechter gewesen wäre, aber es war schon insgesamt scheiße. Es war alles gut. Ne, ich bin pissed, Alter. Ich hab zwei. Oh, Max hat die doch. Wow. Oh, das ist immer so bitter, aber wir sind ja ein Team. Also. Ja, der ADK ist tot und ich lebe das. Wir sind vier tot, jetzt macht die Punkte rein. Wir sind Götter auf dem Platz gerade. Wir dürfen trotzdem nicht Zapdos verlieren jetzt. Ja, ihr könnt nicht. Von uns drei oder vier Kills, das war doch insane, oder? War das überhaupt nicht total geil? Das war cool. Ja, aber der initiale Engage war halt gigascheiße. Der war scheiße. Äh, da war ich nicht dabei. Da war ich nichts zu tun. Oh nein, guck mal. Oh nein, was macht der denn? Oh Gott. Der hat's echt versucht, man. Jetzt wieder 1-3-1. Aber okay, ich geh hoch mal. Dass der da oben nicht wegkommt. Ich geh top, ich geh top. Ja, okay, du ist so lange top. Aber wer ist der? Wer engaged denn da, hallo? Sebo engaged. Aber jetzt ist, also jetzt ist glaube ich egal, aber das sind trotzdem Sachen, die dürfen wir nicht machen. Ne, Marshock ist tot, alles gut, alles gut. Der ist hier drin. Bist du egal. Wir sind low. Mach mal. Fertig. Jawolski. Jawolski. Rein, rein. Sauber. Extrem cleanes Game. Bis auf der eine Bottom Rotate und der Fail Engage. Aber der Rest war, der Rest war geil. Digga, ich war einfach nach Minute 7 Level 15. What the fuck? Boah, ist das schön. Ich liebe diesen Typen. Lucario ist geil. Den Kills wird gar keinen gekillt. Doch, du hast meine damit. Also wir haben ein gut Team bewiesen gerade da. GG, aber das Game hat mir trotzdem ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Shit, ich bin enttäuscht von unserer Leistung. Ah, ich habe zwei Sterne bekommen, okay. Drei Wins brauche ich noch. Wie viel du, Romatra? Einen. Ach Digga, du Asi. Ohne dich schaffen wir das nicht. Einfach ein bisschen mehr Game-Sense. Also das halt, bei Dreadnought muss einer von euch beiden runterkommen, sonst ist es vorbei. Ja gut. Ja, ja. Sag mir in der Minutenanzahl, wann muss ich runter? Du siehst die 30 Sekunden. Ich kann halt nicht für allen, für jeden, also das ist halt das, das ist mega... Du bist Coach, man sagt mir hier die ganze Zeit, Herr Romatrin, Herr Romatrin ist der Coach. Ich kann jetzt nicht 5 Controller in die Hand nehmen. Du siehst 30 Sekunden vorher, da läufst du einfach los. Ja, okay. Ich muss ja auch nicht sagen, jetzt angreifen und jetzt zurückgehen und oh nein, du hast wenig Leben oder so. Ja, aber... Das musst du ja selber sehen. Ich kann ja nicht alles für jeden wollen. Dann kannst du auch nicht meckern, wenn du irgendwo auf der Map siehst, da wir reinrushen. Das siehst du ja auch. Doch, natürlich. Ja, genau, aber ich hab... Hey, soll ich dann sagen, jetzt nicht engagen? Wir haben gerade war und... Das hab ich gebringend. Ey, Leute, das... Wenn wir das ins Late Game kriegen, haben wir gewonnen. Ja, ja, das... Und eigentlich hab ich das auch gesagt, nicht engagen. God of War. Aber ihr seid trotzdem rein. Ey, das ist ein richtig... Die haben null Assassin, oder? Ey, wir haben gewonnen, es ist gut, aber... Wir haben gewonnen. Ich will jetzt keinen Karma kassieren, aber wir haben gewonnen. Nein, ich meine damit eigentlich das letzte Game, dass wir hier die... Oh, Karma. Die Karma-Nacken-Klatsche kommen, ich hör die schon. Also, das Game ist ein Win, oder? Also, es sei ein... Ey, chillt auf der Lane-Phase, bitte alle. Aber die haben keinen Assassin. Kein Gengar, kein Zeraora, kein Lucario. Gut, Lucario hat den besten... Äh, der ist der beste Laner, weil er den besten Burst hat, um Minions zu nehmen. Und das ist eigentlich wichtig auf der Lane. Das ist ziemlich geil. Und der hat ein giga-hohes Schild, was ihn rettet. Also, dieses Schild ist halt auch als passive super OP, Olli. Ich hab den auf einem Smurf gekauft. Ich spiel nur Lucario auf meinem Smurf. Der macht mega Smurfs auch. Das ist echt fies. Spielt einfach gegen Leute, die das zum ersten Mal spielen, neun Jahre alt sind. Und dann spielst du Lucario, der den heftigsten Damage hat. Ich glaub nicht, dass ich so lange... Maxime hat ein Video gemacht über Pokémon Unite. Oder hat er? Er hat mir ein paar... Ja. Er hat mir auf mir ein paar Fragen gestellt, was Payton... Mir hat er auch ein paar Fragen gestellt. Ist in Ordnung. Wenn er früher Level 6 ist... Ob haben sie alle Beemen bekommen? Habt ihr Bottom alle Beemen bekommen, wenigstens? Viele. Ein paar haben wir bekommen. Die Große? Ja, ich glaub... Keine Ahnung, Max. Doch, doch, ich hab die bekommen. Ich hab die kurz geklaut, weil ich gesehen hab, dass ihr schlaft. Die Leute kommen schon in meinen Chat und sagen Glückwunsch zu Master. Was ne Scheiße, warte auf damit. Warte, jetzt hast du's gejinxt, Alter. Ja, jetzt hast du übertrieben, ey. Wow, danke. Das war zu viel, Romatra. Das geht nicht. Aber wir können doch gar nicht aufhören. Ich bin nicht mal Ultra, Leute. Herzlichen Glückwunsch, Romatra. Top 500 Europa. Glückwunsch, wirklich. Hast sie aber auch verdient. Du bist echt ein guter Captain. Top komplett Mist. Wann kommen die Dreadnought-Action ab? Siehste, hätte ich jetzt schon wieder verpeilt, ne? Lass doch Voluna, Voluna. Oh, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Top Mist, Top Mist, Top Mist. 25er Vector. Dank Lucario, geh bottom oder dunk auch noch schnell, wenn hier keiner ist. Ja, die sind alle Botlane jetzt für Dreadnought. Ja, easy, easy. Wir haben alle übel gedankt. Und ich komm runter, ich komm runter. Ja, du kommst runter, ich kann immer wieder danken. Geh schnell runter, geh ganz schnell runter. Ja, ja. Oh, jetzt sind noch 15 Sekunden. Wir sind zu fünf hier unten, by the way. Ja, ja, easy, easy. Er ist unterwegs, kann wieder danken. Alles, was hier kommt, danke ich. Wir müssen den eigentlich nur klauen. Wir lassen die den machen, die werden ein bisschen low. Lucario springt da rein, hat ein bisschen Spaß. Ja, ihr könnt mir... Ah, fuck off. Lass den mal töten, schnell. Ich hab die abgelenkt ein bisschen. Ich hab wieder danken können. Die machen den, ja? Die haben wir einfach gemacht. Ja, die haben den. Okay, passiert, aber... Was für passiert ist doch doch obvious. Sebo, was machst du denn da, hä? Sebo! Ich hab's ja immerhin vier Leute reingesprungen. Ja, der ist eben schon kurz mal reingesprungen. Sebo, du bist doch krass eigentlich. Let's go. Ja, wir verlieren den Turm unten. Einfach verloren den Turm. Egal, Top-Turm ist auch fast on. Ja, aber ich kann jetzt auch... Ihr seid... Nein, wenn du da nicht reinspringst, dann könnt ihr den Turm defen. Dann ist das eigentlich doch, wenn du so willst, ein eher defensiver Charakter. Glückwunsch zum Master. Der hat nur solche Push-Dinger, ne? Nein, du kannst zum Beispiel... Es hat keinen Eins gegen Fünf. Ich töte alles Charakter. Richtig. Und du kannst halt... Du musst halt... Du musst deinen Knochen zum Beispiel in die eine Richtung werfen und dann kannst du reinspringen und dann kannst du auch mal reinspringen und ein bisschen Scheiße bauen und dann kannst du einfach zu deinem Knochen porten. Machen sie Rotom? Ja, die werden auch Rotom kriegen. Ja, die werden auch Rotom kriegen. Ja, die sind besser als wir. Die sind aber auch early stärker als wir. Ist nicht so wild. Sie ist so gejubed, Digga. Ja, ja, wir töten dir. Oder ich probier's zumindest. Und wir haben sie alle. Wir sind halt alle da. Ach, wie lange?! In den Block, in den Stunnen! Sind alle da. Kannst du hier 29? Aber das war fast krass. Wir hätten sie alle... Oh Gott, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ohhhhhhh. Fuck. Mir ist gerade irgendwas geplatzt im Kopf. Ja, ja. Wir haben auch den zweiten Turm verloren. Also wir sind... Ich weiß nicht, wieso... Zu drei Leute botten hinschillen. Das heißt immer, ich soll dann unten bleiben. Da ist der Kron immer gewesen. Ja, nein, du musst... Ihr müsst halt... Ihr müsst halt sehen, was ihr machen müsst. Also ich kann... Wir waren... Wir wurden top von vier Leuten angegriffen. Da müssen wir halt... Da müssen natürlich Leute top-moven. Alles klar. Wir müssen jetzt unten erstmal den Dinger fighten, bitte. Ich... Bitte, 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 bitte. Also... Ja, die machen den jetzt schon. Der ist schon gone. Der ist einfach schon verloren. Habe ich ihn? Nö. Habe ich ihn? Nein, aber wenn hier einer... Ich weiß nicht. Also... Das verlieren wir zurecht. Also einfach nur zurecht. Das ist durch. Das ist durch. Ich habe aber einen Kill machen können, auch wohl nur, ne? Wir gehen auch weiter rein jetzt. Wir müssen jetzt hier weiter reingehen. Und irgendwie endlich mal da... Soll ich bot? Soll ich bot oder top? Und bot, bitte. Gut. Top ist jetzt rot und da kann ich auch solo machen, ne? Ich hätte top gehen müssen. Fuck! Fuck! 1 RP, ich habe... Ja, ja. Ich hätte top gehen müssen. Ich komme direkt mit hoch. Ich gehe... Abkürzung links. Sie haben ihn, sie haben ihn, sie haben ihn. Ist egal, wir können da fighten. Lass die mal bis zum Turm ein bisschen rankommen und dann fighten wir da zu fünft. Ich gehe da jetzt rein, glaube ich. Links ist down, sehr gut. Haben wir auch? Rotom hat mich getötet, nachdem ich geflasht habe. Das tut ja weh. Lol. Rotom hat denen aber nichts gebracht. Heck, weh. Ja, nichts. Wir haben zwei Kills gemacht, ne? Und 30 Sekunden. Dreadnought, können wir runter zu Dreadnought gehen? Ja, jetzt alle runter, Dreadnought. Alle runter, runter. Die haben den wahrscheinlich schon gemacht, bis wir da sind. Ding ist, muss er jetzt mal rein, Relaxo. Kurz bevor die anfangen, muss er da rein. Wir dürfen uns nicht mal zonen lassen von dem Relaxo. Unsere Relaxo muss da mal rein. Nicht aufs Dreadnought! Nein! Ich wollte ihn stehlen. Das war doch unsere Aufgabe. Nein! So, die wollen jetzt zappen. Jetzt ist es zappt aus. Ja. Relaxo muss vorne sein, Relaxo. Ja, Relaxo muss nach vorne gehen. Relaxo muss da jetzt mal rein und einfach Action machen. Relaxo ist tot, Relaxo ist tot. Wir haben die alle. Oder? Also eigentlich müssen wir die alle haben. Ja. Ja, ja, alles gut. Und jetzt noch, jetzt noch den schnell. Börsten, Börsten, lass die nicht hinkommen, lass die nicht hinkommen. Lass die nicht hinkommen. Und jetzt schnell zappt aus. Jetzt ganz schnell Relaxo. Äh, ja, meine ich. Und dann nach Zappt aus haben wir das Game gewonnen. Sauber. Und jetzt... Ich geh hoch. Ich geh den zweiten. Geh einfach, geh einfach. Du kannst einfach auch mit deinem Team gehen, Max. Ich geh den zweiten. Ich geh den zweiten. Der ist fertig. Jetzt nur noch in die Mitte. Ekar. Na, ne Minisekunde zu spät. Ja, die haben mich auch festgesetzt hier. Alter. Jetzt nur noch Deffen. Junge. Junge. Ja, sehr gut. Oh, Relaxo hat ihn aufgehalten. Wie geil. Stellt euch jetzt hier drauf. Nein, nein, nein. Stellt euch jetzt hier drauf und springt erst sobald ihr seht wo die hingehen. Okay, eine Maske runter? Ich geh crawling runter. Genau. Ich warte jetzt bis Toplayer erscheint. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oho, oh, oh, oh. Ohhhh. Oh, oh, oh. Ich hab sie gefrühstückt. Doppelfrühstück, predict. Ich versuche nochmal zu danken. Oh Gott. Ich hab's dir gesagt. Wir spielen gegen keine Assassin. Ich kann die komplett weg jupen, Alter. Ich verdiene mich zurück und spring da wieder hin. Lasst jetzt alle unten auf diesen Chumpstein warten. Oder nicht alle, wir können ja einer, einer... Wenn ich den noch durchkriege, oh mein fucking Gott. Es ist halt noch ein 76er. Die Gegner sind so pisst gerade. Oh, sind die pisst. Haben wir das ganze Game nominiert und einen Fall auf die Fresse bekommen? Richtig, aber den Fight, ich hab mit meiner Ulti und meiner... Also ich hab da so viel Damage gemacht im letzten Fall. Ich hab so enjoyed das Game, Alter. Die hatten einfach kein Assassin. Comeback und Assassin und Ah, ist das geil. Die Ulti schön auf die Backlern. Date Game habt ihr, wie du gesagt hast. Dankeschön. Ich hab's so gesagt. Ja, wir haben echt top gemacht, Jungs. Ich hasse das. Insane. Wir haben eine kranke Winning Rate. Mit gestern und heute zusammen, ich glaub, sieben Games, sechs Wins oder sowas? Zwei, sieben. Ja, das ist es dann auch. Ich kann leider nicht mehr mitspielen jetzt. Was, du bist Master? Das war dein Master Game. Das war mein Master Game. Plus 1200 Master. Happy Top 500. Happy Top 500. Warum kannst du ja jetzt nicht mitspielen? Nee, Ding ist, Chef Probe kann ich mitspielen. Wir kriegen jetzt Master Gegner. Wie viele Wins fehlen dir, Max? Wie viele Wins fehlen dir, Max? Zwei. Zwei Wins. Oh, das tut so weh. Alter, wie die Tops, fünf einfach alle TTV im Namen, haben wir low. Oh, hab ich gönnt's sehen. Hab ich gönnt's sehen. Ja. Wenn sie die Besten sind, dann sollen sie sich ein V-Viewer gönnen. Ja, da kannst du nicht gewinnen. Wenn wir da gewinnen, dann bist du ja direkt global Platz 100. Richtig. Das schaffen wir nicht. Wenn wir ein Game gewinnen, dann bin ich global Platz, weiß ich nicht, 350 oder so. Das wäre auf jeden Fall witzig. Nee, das ist witzig. Ich bin confident, dass wir auch hier die Games gewinnen. Wir wollen Master Komplik, wir wollen nicht einen Spieler in die Top 40 global reinbringen. Wir gewinnen auch hier die Games. Das ist ein altes Knecht. Guck dir doch mal an, Mann. Die sind Silberleak. Oh mein Gott, wir werden so gefickt. Okay, ich bin dabei.